Tega ist ein raffinierter Hund. Tega, 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 Tega. Ja, hi Leute, da sind wir wieder und der René ist quasi immer noch hier. Der ist quasi eine Woche hier quasi jetzt geblieben nur, damit wir hier noch unser Video machen konnten. Und der hat natürlich noch ein zweites Spiel mitgebracht. Das Gauna raus haben wir ja letzte Woche gezeigt. Und das zweite Spiel ist, hat er ja schon gespoilert. Der Zaubertrank der vier Elemente. Ab zehn Jahren, zwei bis vier Spieler, 40 Minuten. Ich habe selber ja auch schon gespielt bei dir in deinem Spieletreff und das kommt auf jeden Fall hin. Wir waren glaube ich sogar was schneller sogar durch. Ja, erzähl mal, worum es geht. Genau, beim Zaubertrank der vier Elemente. Die Bücher machen ja schon neugierig, man sieht gar nicht viel von außen. Von hinten drauf kann man schon ein bisschen mehr sehen. Geht es darum, einen Zaubertrank zu bauen. Und um einen Zaubertrank zu bauen, braucht man eben magische Zutaten. Wir erraunen, biebeln, Schwänzen. Spinnen, Mörser, Klinge. Genau, alles was man braucht, braucht man Küchenutensilien, Mörser um die Sachen zu zerkleinern, Messer um klein zu schneiden und ähnliches. Und man braucht natürlich magische Utensilien. Eine Kristallkugel, magischen Ring, Zauberbücher und ähnliches. Was man so braucht, wenn man ein Zaubertranker spielt. So, diese Sachen sammeln wir ein. Und das Interessante beim Spiel ist eben, es gibt vier Spielfiguren mit vier Farben, aber es gehört keiner mehr Spielfarbe. Jeder darf jede Spielfigur bewegen. Und dadurch muss man eben bei jedem Spielzug aufpassen, welche Gelegenheit man durch deinen Zug dem nächsten Spieler gibt. Und zu vermeiden, dass er gute Dinge tun kann. Ja, geile Nummer halt eben. Ich weiß ja schon, dass das Ding cool ist, aber ihr wisst noch nicht, wie cool das ist. Und deswegen zeigen wir euch das jetzt. Ja, okay, so, jetzt haben wir hier quasi alles schon mal aufgebaut. Das steht euch dann immer bevor einmal. Der Aufbau ist irgendwie fix oder wie wird das gemacht? Der Aufbau ist so, dass die Positionen der schwarzen Scheiben, das sind die magischen Portale, die sind vorgegeben, die Positionen. Und alle anderen Scheiben werden verdeckt, gemischt und dann eben in dieser Konstellation ausgelegt. Also ist das Spiel jedes Mal anders? Genau, richtig. Das ist ja schon mal immer ein geiler Indikator für ein geiles Spiel. Okay. Was haben wir noch? Wir haben hier diese vier Hütchen einmal draufstehen. Das sind die Sauerfiguren, mit denen wir gleich über das Feld laufen und die Sachen einsammeln. Okay. Genau. Dann gibt es diese Kraftsteine hier. Die bekommen wir nachher für bestimmte Kombinationen, die wir gesammelt haben. Wenn man mal welche verliert, dann kann man auch Smarties nehmen eigentlich, ne? Genau. Genau. Vor allem, wenn die versehentlich gegissen sind. Ja, okay. Genau. Was wir noch vor uns sehen, ist hier diese Übersicht. Da sehen wir nachher, wie viele Punkte die einzelnen Sachen wert sind. Also kann man zum Beispiel sehen, Scheiben mit anderen so einer Ecke drin sind. Das sind eben die Zutaten. Die sind einen Punkt wert. Scheiben mit zwei Ecken drin sind die Küchenutensilien. Die sind zwei Punkte wert. Die Zauberutensilien sind drei Punkte wert. Und die Kraftsteine, die von euch für die wert sind. Die beiden Sachen hier unten sind noch aus zwei Bonus-Elementen, die wir erstmal rauslassen zum erklären, da sage ich gleich mal was zu. Genau. Was wir noch haben, ist eine Hypnose-Karte. Komm mal auch gleich zu. Ich denke, ich erkläre mal die Grundregeln. Was haben wir hier noch liegen? Genau. Haben wir auch gleich. Okay. Dann hau rein. Erklärt. Genau. Also das Spiel läuft gleich prinzipiell so ab, dass wir eine beliebige Figur bewegen dürfen. Die darf sich beliebig weit bewegen. Ich fange mal mit der hier zum Beispiel an. Ich laufe in die Richtung und dann darf ich jetzt schauen, rundherum ist die weiße Figur. Weiße Scheiben darf ich einsammeln. Allerdings nur von einer Wertigkeit. Sprich, ich kann jetzt entweder die Zweierscheibe nehmen oder zwei Einserscheiben. Jetzt kommt die Karte, der Stefan meinte, ins Spiel. Diese sagt, wann ich die Zweier- und Dreierscheiben nehmen darf. Nämlich erst, wenn ich in der gleichen Farbe schon Scheiben gesammelt habe. Also ich habe jetzt zwei weiße Einerscheiben gesammelt. Dann darf ich... Genau. Wenn ich die jetzt schon habe, dann dürfte ich in meinem nächsten Zug auch die Zweierscheibe einsammeln. Ich muss mich aber immer bewegen. Das heißt, ich dürfte die nächste Runde nicht jetzt... Ich müsste dann nach hier gehen, um die neben zu bewegen. Richtig, zum Beispiel. Okay. Ja. Gut. Dann machen wir einfach wieder Let's Play-mäßig. Ich zocke jetzt auch einfach mal quasi mit so einer Figur los. Und ich würde mich dann einfach mit der blauen Figur nach hier bewegen. Man darf aber nicht jetzt irgendwo die absetzen. Man muss quasi immer in so einer Reihe quasi bleiben. Wenn wir jetzt ein Let's Play machen, dann lasse ich mal einen von denen liegen, weil regulär darf man in meinem allerersten Zug nur eine Scheibe nehmen. Okay. Das ist auch wichtig dazu. Danach darf man immer beliebig viele nehmen. Dann habe ich natürlich was ganz anderes gemacht. Und zwar bewege ich mich hier rüber und... Nee. Rot. Rote Figur, rote Scheibe. Rote Figur, rote Scheibe. Sorry. Dann muss ich die Allraune hier nehmen oder was das sein soll. Eine Brennnessel. Eine Brennnessel. Okay. Go for it. Genau. Da gibt es auch eine Übersichtskarte dazu, die nochmal sagt, was welche Sachen sind. Das ist jetzt Englisch, das ist die deutsche Seite. Okay, die Brennnessel habe ich mir gegönnt. Ja. Gut. Gut. Und ab jetzt dürfte man eben beliebig viel sammeln. Da hat der Chef von mir hier netterweise diesen Zug gelassen, wo ich direkt diese drei Scheiben ansammelte. Ach, hat er schon direkt einen besseren gesehen als ich eben. Verdammt. Okay, okay. Das ist dann... Der ist ja eher schlecht, der Zug. Dann... Gut. Da muss man auch schon genau gucken, was man am besten machen möchte. Und Vorfeld planen und gucken, dass du dann nicht den nächsten machst, den ich gerne machen möchte. Was hat es mit den Portalen auf sich? Kann ich da von Portal zu Portal auch jumpen? Oder... Ja, wenn du mit einer Figur nicht so laufen kannst, dass du was einsammeln kannst. Weil man darf jetzt gleich nicht über andere Figuren oder über Lücken drüber springen. Und dadurch grenzt sich das immer weiter an, wo ich hinlaufen kann. Ja. Und wenn ich irgendwann mit einer Figur nicht mehr so laufen kann, dass ich was einsammeln kann, dann darf ich mit der Figur auf irgendein Portal springen und da benachbart einsammeln. Okay. Ich würde jetzt einfach mal mit der Blauen nach hier gehen und würde dann hier das Blaue. Ja. Die Muschel nehmen. Ist das eine Muschel? Ist das eine Muschel. Ja. Genau. So. Und schaue ich mal eben, was den Boden es gibt. Ich schlafe mit den grünen Blädern und dann wieder diese Deine. Okay, okay, okay. So. Ich darf aber jetzt immer noch keine Zweier, weil ich noch keine zwei Blauen oder zwei Länge eingesammelt habe. Okay. Das ist übrigens von der Spielerzahl abhängig. Also wenn man mit mehr Spielern spielt, ist es eben schwierig, viele Scheiben zu sammeln. Dann darf man auch schon früher die höherwertigen Scheiben nehmen. Bei zwei Spielern muss man aber eben erstmal ein paar Einser sammeln. Okay, dann würde ich mich jetzt hier mit der Roten, mit der Roten, ich würde mich jetzt hier rüber bewegen und würde dann hier die Feuerlinie noch einsammeln. Ja. Gut. Dann laufe ich jetzt hier rüber, sammle die beiden Roten ein, so und jetzt habe ich von jeder Farbe eine Zuntat gesammelt. Und dafür bekomme ich dann einen grünen Kraftstein. Das kann man hier sehen, ich halte das mal eben über das Spielfeld, da gibt es eine Übersicht. Also wenn ich von jeder Farbe eine Zuntat gesammelt habe, bekomme ich einen grünen Kraftstein. Wenn ich von jeder Farbe ein Küchenutensil gesammelt habe, bekomme ich so einen blauen Kraftstein. Wenn ich von jeder Farbe ein Zauberutensil gesammelt habe, so einen dunkelblauen. Ah, okay. Genauso kann ich die aber bekommen, wenn ich das gleiche Bild viermal sammle. Dann bekomme ich auch die Kraftsteine, wobei es da so ist, bei den Zuntaten gibt es das gleiche Bild auch auf der gleichen Farbe. Bei den höherwertigen gibt es das gleiche Bild nur auf unterschiedlichen Farben. Okay. Wenn ich das jetzt geschafft habe, dann bekomme ich eigentlich direkt zwei. Weil einmal habe ich vier unterschiedliche Farben und einmal habe ich viermal das gleiche Bild. Damit würde ich dann direkt ziemlich viel sammeln. Okay, ich versuche es mal. Ich werde wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber die rote Figur, die rote Figur. Ich bewege die rote Figur jetzt einfach nach hier und dann, weil ich ja schon hier zwei rote gesammelt habe, darf ich jetzt auch ein Küchenutensil nehmen und werde das jetzt auch tun. Genau. So. Jetzt muss ich hier aufpassen, um dem Stefan nicht einen Zug zu lassen, weil er könnte jetzt gleich hier hinziehen und direkt zwei Leier einsammeln. Das will ich natürlich nicht. Warum nicht? Also gehe ich mal hier rüber und sammle mir selber einen Zweier ein. Ja. Okay. Ich würde es jetzt so machen. Ich würde erstmal nach hier ziehen und würde mir die weiße Feder erstmal in weiser Voraussicht einsammeln. Dann habe ich nicht aufgepasst. Ja, Leute, ihr merkt schon. So, guck mal, mit der Grünen könnte ich jetzt hier nichts einsammeln. Das heißt, ich darf jetzt mit der springen, weil... Genau. Die grüne kann der Stefan nicht nehmen. Auch wenn ich die nehmen könnte, heißt das nichts. Er kann die nicht nehmen. Das heißt, er kann mit der grünen Figur nichts nehmen, wenn er bespringt. Okay. Das heißt, ich würde dann hier hin springen und würde mir hier die beiden... Genau. Die einmal die Alraune und den Fliegenpilz nehmen. Ja. Genau. Jetzt hast du auch von jeder Farbe eine Zutat, bekommst du also auch so einen grünen Kraftstein. Jo. Cool. Jo. Ich nehme einfach mal hier den Zauberring. Ich habe ja schon drei Blaue, deswegen da habe ich das. Aha. So. Hm, 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 hm. Ich nehme die grüne, ich habe hier zwei grüne, wird hier rüber gehen und würde mir hier einmal den Kelch sammeln und den Mörser. Oh ja, das ist gut. Dann sammle ich mit dem Roten noch einen Ding ein. Mhm. So. Ich dürfte jetzt mit dem Blauen wieder mal springen. Bei der Blaue, den Dreier darf ich nicht einsammeln. Macht das Sinn zu springen? Du hast schon ordentlich Blaue gesammelt, ne? Ja. Du hast schon ordentlich Blaue gesammelt. Mit dem Weißen könnte ich aber auch tatsächlich nicht sammeln, mit dem Weißen dürfte ich auch springen und dann macht das für mich auf jeden Fall am meisten Sinn. Ich nehme die beiden. Jetzt haben wir den Fall, dass hier eins frei liegt. Was passiert damit? Das darf ich mir auch eins sagen. Genau, das darfst du auch einsammeln und das darf man auch unabhängig davon einsammeln, ob man diese Wertigkeiten erfüllt. Sprich, wenn das jetzt ein Dreier will wird zum Beispiel und eine Farbe, die du eigentlich noch nicht haben darfst, dann darfst du den dann trotzdem haben. Ja. Eine Muschel hier. Genau. Die grüne kann die wieder viel zu viel nehmen. Jetzt bin ich da natürlich blockiert, ne? Mit dem roten. Ja, der kann den da nehmen. Der darf nicht springen. Ja, aber ich könnte jetzt nicht mit dem... Du kannst nicht da hin gehen. Ja, ja. Achso. Ja, ja. Du kannst ja direkt hier die beiden rein saugen. Ja. Gut, aber mit dem da hinten... Ich darf mit dem jetzt hier springen. Da komme ich ja nirgendwo dran. Was ich nix... Doch, ein Dreier darf ich... Ne, darf ich noch nicht. Ich habe erst zwei. Ja, genau. Zwei. Das täuscht jetzt ein bisschen. Ja. Und würde dann einfach... Was habe ich denn jetzt gerade eben gesehen? Was habe ich denn da gerade eben gesehen, wo ich hinwollte? Wo ich würde... Hm. Vielleicht doch nicht so gute Idee. Ich würde dann... Ja, ich brauche mal ein drittes Ding hier. Oder hier davon weißen. Die liegen da hinten. Würde ich jetzt einfach mal hier rüber gehen und mir das weiß hier nehmen. Ja. Okay. So, ich gehe mit dem grünen nach da. Nehmen wir den Ring. Damit habe ich jetzt schon drei Ringe. Drei Ringe. Soll ich für Stefan jetzt aufpassen, dass ich nicht den weißen Ring bekomme. So, ich gehe jetzt aber hier rüber und nehme mir das. Damit habe ich vier mal hier die Mistel und damit kriege ich wieder einen Kraftstein. Und grünen. Für viermal die gleichen. Okay. Genau. Du hast aber glaube ich auch schon jede Zutat zweimal. Ne? Bekommst du auch einen. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Oder von der Farbe ist es nur richtig. Genau. Von der Farbe. Du hast zwei rote, zwei grüne, zwei blaue, zwei weiße. Und kriege ich noch einen. Ja, okay. Dankeschön. Genau. Gut. Ich kann gerne mal ganz viel sammeln. Ach. Ach, ach, ach. Ähm, ja. Ich gehe mal. Du siehst wahrscheinlich immer direkt auf den ersten Blick schon durch Erfahrung, wo was jetzt geil abgeht. Und das sehe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber ich werde jetzt auch mal anfangen die Dreier zu sammeln und gehe jetzt mal quasi hier rüber und hole mir mal so ein Zauberbuch. Mhm. Okay. So. Pass auf. Wenn ich jetzt hier rüber gehe und den hier enter, was passiert dann? Erstmal gar nichts. Ja, so dass ich dann springen darf. Und wenn du springst, darfst du die auch alle direkt einsammeln? Nur wenn die einzeln abgetrennt sind? Genau. Okay. Ich habe die Tautropfen gesammelt. Ja. Okay. Dann springe ich mal hier. Oder das Buch. Ah, du bist auch hier so ein Zauberbuch, Hunter. Das gibt es ja gar nicht. Ähm, dann gehe ich mal nach hier und hole mir hier diese Luftpumpe. Ja. So. Wie war das jetzt? Ich habe jetzt hier vier verschiedene von diesen Dingern. Kriege ich dann auch schon irgendwas? Du brauchst jede Farbe. Jede Farbe, okay. Ja. Sprich, du brauchst nur einen weißen Zweier. Dann bekommst du so einen hellblauen Kartschner. Ja. Dann müssen wir uns jetzt mal darum kümmern. Hier ist nämlich einer. Jetzt habe ich einen weißen. Alle Farben haben wir bedient. Genau. Dann kriege ich blauen. Genau. Okay. So. Das sind auch aus Holz die Dinge. Das sind auf jeden Fall richtig nice. Genau. Das hast du schön gemacht. Wollt jetzt gar nicht springen. Dann kann ich den Ring holen. Und hast damit die Überkombo. Genau. Sowohl von jeder Farbe ein, als auch hier immer das gleiche Bild. Dann bekomme ich direkt zwei dunkelblaue. Ach. Raffiniert. So. Ähm. Jetzt wäre es mal an der Zeit, dass ich mal einen richtig geilen Zug mache. Da kannst du wieder springen. Gerade grüne. Äh. Ich muss mir auch noch was cooles einsammeln. Hier. Ich gehe mal hier den Dolch hier holen. Ja. Der Dolch ist der Zauberstab. Ja. Der Zauberstab. Hör mal. Wer hat denn denn gezeichnet? Das sieht aus wie ein Dolch. Leute. Oder nicht? Zauberstab. So. Dann durch den Zauberstab. Mhm. Mhm. So. Mit dem dürfte ich jetzt springen. Genau. Und hole mir dann. Ist es schlau? Ist es schlau? Ist es schlau? Ich spring nach hier. Dann nehme ich mir das hier. Und dann wird das ja automatisch auch meins. Genau. Richtig. Okay. So. Dann darf ich wieder springen. Weil da kann ich keinen nehmen. Der ist zwar da. Aber ich kann ihn trotzdem nicht nehmen. Deswegen darf ich noch nicht springen. Hol mir dann noch einen roten Zauberstab. Mhm. Jetzt habe ich von den Zweiern habe ich hier grüne. Ein blauen Zweier könnte ich noch brauchen. Kann ich den blauen Zweier irgendwo hier holen. Das ist ein... Der darf springen, ja. Der darf springen. Ja. Hier hinten hole ich mir den hier. Blauen Zweier und darf die Zwiebel oder Kloblau direkt mitnehmen. Ja. Ja. Richtig. So. Damit habe ich jetzt von allen Dingern hier vier. Also von allen Farben hier wieder. 1, 2, 3, 4, Zweier. Dafür kriege ich noch ein bisschen Auber. Die hast du ja schon. Du hast ja schon von jeder Farbe einen gehabt. Dann müsstest du quasi noch mal ein zweites Set von jeder Farbe haben. Okay. Ne, aber das kann ich. Ich habe gar keinen blauen Zweier. Ich habe eben für die eine habe ich was gekriegt. Und dann dürftest du den hellblauen noch nicht haben. Dann wirst du den hellblauen nicht setzen. Den hellblauen habe ich gekriegt, weil ich viermal hier vier Misteln habe. Ne, das waren Brüder. Achso, okay. Und dann habe ich jetzt den hellblauen gekriegt. Okay. Du hast mich eben was vorgehauen hier. Ja, geh da raus. Genau. So, ich mache jetzt mal was. Ich benutze jetzt mal die Hypnose-Karte. Was? Du ziehst die Hypnose-Karte? Das hast du mir vorher gar nicht erklärt. Die darf man einmal im Spiel benutzen und darf dann mit dem Spieler, der vor einem dran ist, hypnotisieren und kann ihm sagen, welche Farbe er bewegen muss. Prinzipiell darf der selber entscheiden, welchen Zug er macht. Allerdings sucht man sich das meistens so aus, dass er nur einen Zug machen kann. Ja, stimmt, so war das. Ja, ja. Ich sage jetzt, der Stefan muss die weiße Figur bewegen. Die weiße Figur muss er bewegen, weil er sich wieder die Überkombo da jetzt sichert. Gut, ich bewege jetzt den weißen und ich ziehe auch direkt meine Hypnose-Karte. Das darf man nicht direkt sofort, darf ich erst den nächsten Zug. Genau. Der hypnotisierende Spieler darf nicht selber hypnotisieren werden. Okay. Jetzt kann ich hier rüber laufen, mir den da holen. Und dann habe ich jetzt nochmal das zweite Set von dem hier. Das geht hier doch alles nicht mit rechten Dingen zu. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ähm. Ja. Ja. Dann bewege ich den grünen und nehme hier die Allraune und die Knoblaue nochmal. Okay. Du darfst die beiden Bürger auch noch dazu haben. Ach, abgeträgt hier. Ja, abgeträgt. Von daher war das jetzt auch mal ein guter Zug. Ein guter Zug, ja. Ein guter Zug, ja. So, der grüne dürfte springen. Mit dem grünen springe ich nach da. Und holt sich die Zauberkugel. Ne, oder? Das ist jetzt die Frage. Ich nehme die Zauberkugel. Da erholt sich die Zauberkugel. Da kennt er gar nichts. Da kennt er nichts. Ähm. Jetzt muss ich mal kurz hier meine Dinger durchsichten. Okay. Der weiß jetzt gleich tot. Der bringt vielleicht gar nichts mehr, ne? Ja, der kann noch einmal die Federn ansammeln und dann weiß das. Genau. So, ja. Was kommt der hier? Die Nimmchen hier. Das ist natürlich jetzt auch Rundflug, den zu bewegen. Ich bewege den nach da. Ziehe den hier. Dann habe ich vier Brennnesseln. Dann kriege ich wieder einen guten Stein für. Ja. Möchtest du mich jetzt auch mal hypnotisieren? Ja, mache ich auch. Genau. Frag dich nur, ich möchte, dass du den blauen bewegst. Genau. Jetzt muss ich den blauen da rüber ziehen. Andere Möglichkeit habe ich nicht. Und den dann zusammen. Dann darf ich hier mit dem blauen springen und würde dann hier eiskalt die Zauberkugel grabbeln. Und dann das Zauberbuch auch noch. Ja. Ja, nice. Habe ich jetzt eigentlich auch mal hier ein paar Dreier. Und ich bin noch Oberdeutsch. Roter fehlt mir noch. Roter Dreier. Okay. Die Zügel sind jetzt gerade irgendwie nicht so spannend. Ich nehme mal den da. Jetzt habe ich den dritten hier aus der Reihe. Schade, dass man nur einmal hypnotisieren darf. Ja. Aber es ist eben auch eine relativ mächtige Aktion. Deswegen haben wir explizit entschieden. Nur einmal. Wir haben zuerst überlegt ein Zwei-Personen-Spiel. Weil es gibt ja theoretisch vier Hypnose-Karten, das zweimal zuzulassen. Aber wir haben uns wirklich entschieden. Das ist so mächtig, das sollte man nur einmal tun. Ja. So. Dann gehe ich hier rüber und hole mir nochmal den Blasebalk. So. Bei mir ist das Zügel im Chaos. Wir können gleich mal darüber reden, wie man sich das am besten aufbaut. Genau. Ich freuze mich so direkt rein. Aber bei mir sieht man das relativ klar. Das sind auch erstmal gleiche bei dir. Achso. Genau. Den einen lässt abgetrennt. Nach der Methode, wie ich das jetzt eben liegen habe, alle einseil übereinander, alle zwei übereinander, alle drei übereinander, sieht man direkt, wenn man ein Set voll hat. Und wie viele Sets man hat. Das Einzige, wo man darauf achten muss, ist, wenn man jetzt so wie Stefan vier gleiche hat, da muss man ab und zu mal hier durchgucken, da habe ich jetzt vier gleiche hier irgendwo liegen. Verstehe, verstehe. Okay, dann muss ich... Habe ich zum Beispiel sogar. Fällt mir gerade auf. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe nämlich hier viermal die Spinnweben. Da würde ich auch noch einen versuchen. Gibt es ja gar nicht. Achso. Genau. Aber alles andere kann man so relativ übersichtlich erkennen. Okay, alles klar. Aber ich bin dran, ne? Du bist dran, ja. Ich darf mit dem Grünen springen. Und spring mit dem... Ja, was macht jetzt am meisten Sinn? Fehler bringen wir nichts hier. Ich brauche doch noch hier einen... Ja, das willst du natürlich selber gerne machen, ne? Ich hole mir die beiden hin. Ne, das geht nicht, weil du musst auf eine schwarze Scheibe springen. Ich muss auf eine schwarze springen. Achja, stimmt. Ja, dann springe ich hier rüber und hole mir das Messer. Ja. Ich gehe noch hier, nehme mir den, dann ist der da abgetrennt. Und dann habe ich jetzt hier das vierte Set von den anderen Scheiben. Du lässt sie heute richtig gut gehen, ne? Klar. Wenn ich wieder ein neues Opfer gefunden habe für das Spiel. Dann gehe ich hier rüber und kann mir aber jetzt das Zauberbuch tatsächlich gönnen. Richtig. Und damit hatte ich hier, glaube ich, auch endlich mal eine Dreier-Kombo. Ja, hast du. Nice. Der erste Doku-Blau-Stein. Okay. So, dann darf ich mit dem Roten wieder springen. Dann springe ich hier hin und dann nehme mir diese beiden hin. Du darfst mit dem Roten springen. Ja, danach darf ich auch mit dem Roten springen. Ja. Ich hier rüber und hole mir den Glase-Bark. Dann habe ich nämlich hier auch eine Zweier-Kombo wieder voll. Sogar zwei. Du hast jetzt vier, also das zweite Mal alle vier und du hast auch vier Mal das gleiche Bild. Das heißt, du bekommst sogar zwei von denen. Achso, das deckt dann nochmal alles, das was ich vorher gesammelt habe, nochmal quasi mit da drauf oder was? Was? Weil ich habe ja eben für diese eine Reihe habe ich ja eben was gekriegt. Genau. Und jetzt hast du eine zweite Reihe, da bekommst du den zweiten. Und weil du vier Mal das gleiche Bild hast, bekommst du noch einen. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ja vier Mal die Luftpumpe. Genau. Ja. Irgendwie hast du mir über den Zweier-Scheiben hier dafür alles abgenommen, dass ich die Dreier habe. Naja. Du bist halt früh auf Dreier. Genau. Ich nehme noch den Blauen hier irgendwie. Okay. Dann habe ich hier das nächste Set voll. Und spring nicht hier rüber und nehme die Weiße und kriege damit die Blaue auch direkt. Dann nehme ich noch den roten Zeier. Dann... Ich nehme den grünen. Erstmal hier kurz durch gucken. Zwei Allraunen. Ja gut. Dann zwei Nix. Dritte Allraunen. Ich nehme noch den Pilz. Dann springe ich mit dir. Also ich darf ja nicht springen. Ich muss jetzt und habt ihr damit den Zug gelassen. Also ich muss ja den jetzt nehmen. Genau. Dann darf ich das hier tun. Dann springe ich hier rüber. Zipzap. Und dann habe ich das Ding. Und dann... Ich habe jetzt hier nochmal vier Algen. Und das nächste Set voll. Also da kommen nicht nochmal zwei von den Ingen. Okay. Ich habe hier aber auch nochmal ein Set, oder nicht? Du hast jetzt ganz schön viele Sets, die wir jetzt gar nicht richtig gezählt haben. Wie viele hast du denn da? Erstmal gucken. Das sind sechs Stück. Und dann hattest du nochmal vier gleich. Das heißt, du müsstest eigentlich insgesamt sieben Grüne haben. Ja. Mhm. Ich glaube, so viele Dinge haben wir noch nie verteilt im Spiel. Ja. Ordentlich abgeräumt. Aber jetzt machen wir quasi die Wertung. Nicht wahr? Jetzt würde die Wertung passieren. Genau. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen durchzuzählen. Doch. Ja. Wir zählen jetzt hier kurz einmal durch, was abgeht. So. Das heißt, das sind sechs Punkte. Nochmal sechs sind zwölf. Nochmal sechs. 18. Nochmal sechs. 24. Dann die Zweierplättchen. Die zählen jeweils zwei Punkte. Dann haben wir zehn. Dann bin ich bei 34. Und dann habe ich drei, sechs, neun, elf. Dreierplättchen sind 33. Was hatten wir hier? 32 glaube ich. Ich weiß nicht genau, oder? Ja, 32 ist richtig. Das waren genau. 32 und 33 sind 65. Ja. Und dann gibt es noch die Kraftsteine. Hier zählen. Du merkst hier die 65. Ich schreibe das eigentlich immer ganz gerne auf. Das ist dann einfacher normalerweise. Dann acht mal vier sind 32. Und nochmal drei mal acht dazu. 24 sind dann 56. 56. 56 zu den, was hast du dir gemerkt? 65. Ja. Und dann bei 125. Bist du sicher? 65 plus 56. Oh. Das sind 61 plus 50 sind 100, 112. Irgendwie so. Aber ich glaube das ist eh mehr als ich, ne? Ja, Leute. Wir müssen auf jeden Fall alle nochmal zur Schule gehen. Genau. Weniger spielen und mehr rechnen. Ich glaube wir müssen noch ein bisschen mehr... Wir sagen auch keinem, dass ich matisch studiere. Also... Da komme ich als Pädagoge eigentlich ganz cool. Aber das macht einen auch immer fertig, ne? Wenn du dann diese Grundschule Hausaufgaben helfen musst. Da kommt man dann teilweise auch schon an seine Grenzen, weil man schon gar nicht mehr weiß, na wie geht denn das jetzt noch? Oder manchmal sind die Sachen tatsächlich so einfach in diesem Buch drin. Dann weißt du, was wollen die davon einen? Und dann musst du tatsächlich nur, sollen die Kinder den Strich mit der Linie so nachfahren? Für mich ist da überhaupt keine Aufgabenstellung ersichtlich. Okay, ich zähle trotzdem mal meine ganz kurz ab hier. Das sind immer 6, ne? 6, 12, 18, 24. Das sind nochmal 6 dazu. Das sind 30. 36, 38, 40, 46. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind dann 61, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 28 sind 69. 89. 89. 89. 89. Das war nach 8 halt eben. Das sind dann 97. 97. Plus 18. 115. 115. Das heißt, du hast gewonnen und ich habe gewonnen? Ja, ich hatte meiner Meinung nach ganz knapp mehr. Es müsste irgendwie 123 oder sowas gewesen sein, wenn ich hatte. Aber das war nicht deutlich. Also du warst schon relativ nah dran. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachrechnen, wenn das Video geschnitten ist. Und ich werde mir nochmal unsere Abrechnung hier genauestens angucken. Genau. Ich werde dich darüber informieren, wenn ich doch gewonnen habe. Ja. Ja, nice Spiel. Danke. Ja, das war Zaubertrank der vier Elemente. Man weiß nicht so genau, wer gewonnen hat. Jeder tippt hier auf sich. Vielleicht sollten wir jeder 5 Euro in den Prott legen. Und dann müssen wir nachher nochmal genauestens nachrechnen, wer das gewonnen hat. Du hast eben noch was von den Zusatzmodulen gesagt. Die haben wir gerade eben nochmal verpeilt. Die schieben wir jetzt noch kurz nach. Was gibt es denn noch? Also es gibt zwei verschiedene Zusatzmodule. Das eine sind Auftragskarten. Da bekommt am Anfang vom Spiel jeder eine Auftragskarte in jeder Farbe. Und da bekommt man einfach für Scheiben bestimmter Art, die man gesammelt hat, Zusatzpunkte. Also man muss nicht ein Set sammeln dabei, sondern jede Scheibe, die passt hier irgendwie, ist einfach zwei Punkte zusätzlich wert. Dadurch sind dann eben plötzlich auch Einser-Scheiben, die sonst keinen großen Wert haben, auf einmal drei Punkte wert und damit sehr attraktiv zu sammeln. Und dann wird das Spiel auch ein bisschen unvorhersehbarer, weil man gar nicht weiß, was der andere gerade irgendwie quasi sammelt und so. Ja und am Anfang hilft es so ein bisschen, weil am Anfang ist man eigentlich sonst, zieht man einfach so wahllos drauf her und so weiß man direkt, die Scheiben bringen mehr, also gehe ich lieber dahin, wo ich dann Sachen bekomme, die mehr Punkte wert sind. Okay, verstehe. Okay, es gibt die grüne und blaue. Das sind einmal für die Einser-Scheiben, für die Zweier und für die Dreier. Achso, okay. Was haben wir hier noch? Genau. Das ist das zweite Modul. Das sind die Elementscheiben. Da bekomme ich, sobald ich von einer Farbe eine Einser-, Zweier- und Dreierscheibe gesammelt habe, die entsprechende Elementscheibe. Sieht man auch hier. Und dann kann ich in meinem Spielzug, anstatt eine Figur zu bewegen, einfach mir irgendeine Scheibe nehmen. Und dadurch tauche ich die mit dieser Scheibe aus. Das heißt, die Schreiben kommen dann ins Spiel und können dann wieder regulär zusammen mit anderen Scheiben der Farbe eingesammelt werden. Die bleiben also im Spiel und geben immer zusätzliche Möglichkeiten. Ja, cool. Also theoretisch kann man ja nur mit dem einen Modul spielen oder man kann mit dem anderen Modul spielen. Und man kann auch theoretisch mit beiden Modulen spielen. Um das Ganze dann so zu erweitern. Ja, coole Nummer. Also mir gefällt das Spiel cool. Ich finde es auch für Kinder recht zugänglich. Ich habe schon gesehen, das wird halt eben auch in deinem Spiele-Shop, nicht in deinem Spiele-Shop, bei deinem Spiele-Treff von deiner Frau, auch von Kindern durchaus gespielt, von Jüngeren. Ja. Was mich so ein bisschen irritiert hat, auch damals beim ersten Mal, ist mit diesen Kraftsteinen. Dass man sofort diesen Kraftsteinen muss bekommen. Ja. Was man aber auch machen kann, man sammelt einfach diese Karten alle und am Ende sammelt und guckt man, was man hat und nimmt sich dann erst diese Kraftsteine aus. Genau, das kann man auch machen. Ja. Auf jeden Fall ein guter Tipp, diese Dinger dann zu sortieren. Nachdem ich dann erst dieses Karten... Sieht man relativ einfach, wann man welche bekommt. Genau. Dann kann man das so machen, dann ist man nicht so konfus, wie ich da diese Dinger dann durcheinander schiebe. Das muss ich jetzt hier von sammeln und da von sammeln halt eben noch. Ja, geil. Auch das gibt es bei dir in deinem Shop, ne? Genau, klar. Gibt es auch wieder, wie üblich bei uns, die Kurzspielregel dazu. Genau. Da könnt ihr dann auch die Punkte drauf notieren und dann zählen, damit es nicht so ein Chaos rausartig wie bei uns gerade eben. Genau. Oder eben zu uns kommen, zum Spiegelnden Randrad gibt es auch die Webseite www.spiegelndenrandrad.de und dann kann man es da einfach mal ausprobieren. Genau. Das hauen wir alles noch unten in die Beschreibung rein, da könnt ihr euch dann einfach mal durchklicken, wenn ihr da Bock drauf habt und da einfach mal einen Blick reinwerfen und einfach für Regener und seine Frau in den Shop einfach ein bisschen supporten, weil woanders könnt ihr die ganzen Sachen eigentlich auch für einen leichten Preis kaufen und so. Haben alle was da vorne, dann kannst du ein bisschen was zurücknehmen und weiter geile Games für uns machen. Ja, gerne. Ja, das war René Putin hier mit dem Zaubertrag der 4 Elemente, letzte Woche Gauner raus und ich hoffe, du bist erstens dann wieder, weil du hast ja noch so ein paar Feuerchen da am Laufen. Es sind auch immer so ein paar Sachen, die gemacht werden. Ich mache eben relativ viele andere Sachen auch, bin Trainer im Turnen und mache vieles anderes nebenher, deswegen bleibt nicht so viel Zeit zum Spiele entwickeln, aber es sind noch einige Ideen, die ich so im Petto habe. Also was mich betrifft, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dann kommst du auf jeden Fall wieder damit her und dann zeigen wir die halt eben auch. Ja, gut. Vielen Dank für's Zuschauen, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke schön. Tschüss. Vielen Dank.